La Tribune ist eine französische Tageszeitung mit den Themen Schwerpunkten Wirtschaft und Finanzen. Sie wurde am 15. Januar 1985 unter dem Namen La Tribune DL Economy vom Verlagshaus H5 gegründet. Seit Februar 2008 gehört sie zu News Participations. Seit der Ausgabe vom 31. Januar 2012 erscheint sie ausschließlich online. Geschichte Nach Gründung der Zeitung 1985 wechselte sie 1988 dK Sekunden erste Mal den Besitzer und wurde fortan unter dem Namen La Tribune DL Expansion vom Verlag. L'Expansion vertrieben 1992 wechselt zum zweiten Mal den Namen. Nach der Fusion mit der Zeitung La Côte des Vosses erscheint sie neu als La Tribune des Vosses. Im Jahr darauf erwirbt der Luxusgüterhersteller Mö Tennessee Louis Vuitton die Des Vosses International Verlagsgruppe, woraufhin die Zeitung ihren aktuellen Namen La Tribune erhält. Im Februar 2008 wird La Tribune an News Participations, eine Holding von Allerweil, verkauft. In den gleichen Zeitraum fällt der Kauf der konkurrierenden Wirtschaftszeitung L'Eiches durch LVMH. Am 30. Januar 2012 erschien die letzte gedruckte Ausgabe der Zeitung. Nach Franz Sower ist La Tribune die zweite französische Tageszeitung mit landesweiter Verbreitung, die nur noch online und für Abonnenten zu lesen ist. Gleichzeitig wurde das Blatt an Franz Economy Regions und die Gruppe Internet High Media verkauft. Bei der Neustrukturierung sollen 50 von 165 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz behalten, davon 31 Journalisten. Als Grund für die Neuausrichtung werden die Zeitungskrise und der Wegfall von Werbeeinnahmen bei wachsender Bedeutung des Internets für die Verbreitung von Informationen genannt. Wettbewerber Wichtigster Wettbewerber der Zeitung in Frankreich ist L'Eichens.